hallo meine lieben freunde der volksmusik und der rhythmischen sportgymnastik herzlich willkommen zur zweiten folge der legendären das muss man jetzt einfach mal so hinnehmen oder das ist einfach ist einfach legendär hier die zweite folge meiner legendären let's play serie von 12 wahnsinn spiel des honnert wird ja wahrscheinlich heiße also honor ist die ehre oder vorblatt und honor für blut und ehre oder irgendwie so und dissonert heißt dann entehrt wahrscheinlich oder da wurde jemand das was ist ein läster ein schiff wurde jemand entehrt und ich watschel hier in dem zimmer rum habe da schon da einen brief genommen und da am tisch lag auch noch was und hier das kenne ich passobacht guck mal hier schau mal passobacht nachkommen jetzt jetzt das kenne ich aus alien isolation sich unter dem tisch verstecken das kenne ich dabei es kommt gleich das alien rein und da muss er sich unter dem tisch verstecken dann latscht das ähnliche drei mal vorbei na gut falsches spiel gut man kann hier den irgendwas mit der uhr machen keine ahnung man kann mit der schreibmaschine schreiben also neu ist das modell hier ja tastatur ist ergonomisch korrekt angeordnet tee trinken kann mir wahrscheinlich ein stempel das kennt heute keine saum mehr so ein stempel da kann man einstellen datum einstellen oder so stempel mit mit verwechselbaren dings da also was aber kann den links drehen den globus man kann ihren apfel essen oder so das ist wahrscheinlich gesundheit wieder herstellen man kann das ding ja auch noch mal drehen man kann durch schlüssel noch gucken guckst du da sind die bösen und ich muss raus aus dem haus und das geht hier wahrscheinlich beim fenster raus und da muss ich springen und ich muss den schlüssel finden glaube ich oder ob vielleicht bin ich aber hier luftig also die grafik könnte etwas besser sein für mich also ein bisschen blass und naja muss ich da auch ob land schlüssel der ist wahrscheinlich hier drin doch da liegen alle tot rum oder die da muss ich hin der die das lebt hier noch wartet haben uns aber schon es geht ihnen gut schon noch mal die gegend und ich wollte mir gerade die gegend anschauen also wo ist der kaiserliche schutzherr dein staatsstreich mein vater er wurde eingesperrt sozusagen so aus dem tower heraus durch den schutzraum ein kapitän früher am tag unten am hafen hat den schutzherren gesucht finden sie sie fliehen sie aus dann war ja alexi tut mir leid leben sie wohl also sage ich hier das schwert oder wie im tagebuch ist was ich komme aus dem dann wollte öffne den schutzraum die grafik ist nicht so besonders das muss ich auch noch nehmen oder das ist das leben hoppla bitte um audienz megan forster kenne ich die ich kenne ich kenne eine megan die megan marie das ist die community managerin von crystal dynamics erst wer eh nix die kenne ich lehre flasche brauche ich die oder muss drücke kater rüben und abflüssen kann die alle ist von deiner das heißt schlagen oder das ist parieren hoch habe ich jetzt schon einen angelesen schauen wir noch mal das zimmer und nach wo sich das schloss ich will erst noch erst noch das zimmer anschauen wahrnehmung auch ja auch hoppla hoch muss ich gleich kämpfen wir plündern tragen tragen nicht damit werfen rechte trüger hoppla na dies aber stark ist es nicht ich bin die frau oder also ich hasse das schon mal wenn ich die spielfigur nicht sehe sorry aber das mag ich nicht gerne also ich dann weiß ich ja gar nix sehe ich ja gar nix ich will mir das hier noch anschauen ja tut mir leid freunde ihr müsst hier mit mir da ist was drin oder da müssen wir jetzt durch ich will ja sagen da muss man bestimmt plündern warum müssen ach da muss ich den schalter drücken dann kommen doch zehn böse es geht nur mit meinem ring auf und sie hat die und genau der muss also jetzt muss ich da raus watscheln links ist es mal die gesundheitsanzeige oder doch da ist auch noch was schlau schließen schluck öffnen gibt es da was zu essen das ist dupfen oder schleichen gibt es da nichts mehr dabei also dabei jetzt kommen böse sollte kann ich nicht noch eine flasche nehmen das war ich weiß ja erst hoch nehmen erst wenn ich mit dem spiel fertig bin weiß ich wie es geht das ist immer so oder was das ist immer wieder eine schreibmaschine oder wie oder wie das ist ein spiel ach ich weiß das sind schwierige zeiten du herrschst über vier nationen jetzt kommt einer ich kann mir kaum vorstellen unter welchem druck du stößt aha nur du und vor dir dann unter der kreis ah jetzt warte da ist was nee jetzt kann ich wieder was essen 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 da komm rein was redet der finde ich diese baden baden aber glaub mir äh da wun doch da ist was drin badesalz leichtes münzen wieb 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 muss ich da in äh wiew da ist was badesalz Münzen, da komm ich mit der Narbert, einen Scheiß. Komm, da siehst du nichts von Bedeutung. Komm, was ist da? Ja toll, was soll ich denn? Achso. Keine Zeit dafür. Das ist schick, da am Fensterbrett sind so Sitzkissen. Das war früher wahrscheinlich so üblich und der Nachttopf gleich drunter. Da kann man sich so aufs Fenster hocken, aufs Fensterbrett, das ist interesting. Na gut, Freunde, ja, haben wir jetzt genug gesehen. Ich will gar nicht weiterspielen, weil jetzt kommt gleich wieder ein schicker Kampf und ich bin gleich tot, ich kenne das. Jetzt kommt einer, komm, warte. Komm. Tot, 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 oh, jetzt muss ich runter. Gegner töten und überwältigen, ermorde oder überwältigen, blablabla. Ja, das war mir schon irgendwie klar, dass ich die überwältigen muss, Freunde. Aber jetzt will ich hier noch alles absuchen. Tun soll. Kann man da... Hallo? Ah? Huch. Muss ich die gesuchen kommen? Ich will keine Zeit versorben. Hä? Es kommt einer. Das ist schlau. Huch, haut jetzt das Ding um. Huch, haut jetzt das Ding um. Huch, fortgeschüttener Kampf. Taumelt, ein Feind kannst du ihn packen. Huch, komm, bis ich den packe. Traum, nee, traum wollte ich den nicht, oder? Kann ich den nicht plündern? Gibt es da nichts mehr? Lesen. Ah, nee, komm. Kann ich hier drei Jahre lesen? Ich will doch noch mal lesen. Achso. Ich will ein Spiel spielen. Ach, jetzt ist es jetzt... Ah, nee, da war ich jetzt vorhin drin, oder? Zerstörbare Tür. Ach, komm, wie kann ich denn die jetzt wieder zerstören? Muss ich die zerstören? Nee. Oh, nee. Da liegt da, das ist ein Trinkglas. Oh, nee, fallen lassen. Klir. Da drüben? Was gibt es da drüben noch schickes? Nichts mit Soße. Huch, ah, da und hier. Ich muss alles looten. Das kenne ich. Das kenne ich mittlerweile. Ich bin ja mittlerweile so ein kleiner Fachmann für Computerspiele. Und das, glaube ich, heißt looten, oder? Wenn man da Zeug klaut, dann, glaube ich, nennt sich das looten. Brauchen wir da so ein Badetuch? Nee. Kann man da sonst nichts mehr klauen. Soll ich jetzt da und da oder da und da? Gehen wir da und da. Ist das wurscht, oder wie? Oh, oh, alle tot. Eine schicke Kamera. Ah, Gesundheit. Da gibt es nichts mit Soße. Ah, komm, jetzt kann ich das alles lesen hier. Toll. Wer rumpelt denn da im Hintergrund? Sag jetzt nicht, dass ich muss so irgendwie erst einen Schlüssel finden oder so. Oh nee, da ist alles. Da sind wir hergekommen. Da fünf Meter und ich kenne mich schon wieder nimmer aus. Da kann man wieder looten. Oder auch nicht. Silberbesteck, Goldbesteck. Oh nee. Oh nee. Naja, ist schon das schön gemacht. Oh, da muss ich rein. Da hinten ist nichts mehr, oder? Schon schön gemacht. Also, auch ein bisschen blass, die Farben, oder? Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Ah. Haben Sie hier und halten Sie jeden auf. Die muss ich, die muss ich. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Schlage im Mord immer bewusst, die es töte. Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, weil es ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Ein Tollbuch. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, äh, Passwort. Ding dong. Jetzt kommt einer. Wir Ramseys haben das Königspaar von Morley bewirkt. Jetzt kommt einer. Und dann haue ich den um, oder? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings. Die muss ich umhauen. Mit der feinsten Gesellschaft. Jetzt kommt einer. Bald werden sie wieder dazuzählen. Oh nee. Die muss ich die alle umhauen. Das schaffe ich nie. Das weiß ich. Ach komm. Ah, jetzt kommt. Wucht. Jetzt kommt einer. Den haue ich um. Ich haue gleich mal. Komm her. Äh, irgendwas machen. Äh. Huch, was macht denn die? Hat ihm das Messer weggenommen. Herr Wetter, das war für meinen Vater. Habe ich jetzt zwei umgehaut? Aha. Es kommt noch einer. Ich höre eine. Hilfe. Warum ist da noch ein Glück? Nee, einer kommt noch. Scheiße. Komm her. Du sauf. Entschuldigung. Komm, 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 komm. Siegelring. Äh. Ah, da sind zwei. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Komm her. Komm her. Komm, komm. Puff. Ja, komm halt dann. Ah, jetzt kommt der andere auch noch. Nee. Au, 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 au. Au, au, au. Ha, 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 ha. Puff, 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 puff. Hey, oi, oi, oi. Du komm her. Komm, komm, du Böse. Ah, ne, jetzt bin ich tot. Ach, komm. Wieso bin ich tot? Ah, letzten Kontrollpunktplan. Hätte ich vorher speichern sollen. Oh, nee. Fortsetzt. Hätte ich vorher speichern sollen. Auf Wiedersehen, Bastard. Ach so, den habe ich aber schon. Plündern. Jetzt habe ich den Dreck zu singen, oder? Alter, hat er aber für selber gespeichert, oder? Ruhm, scharf freigeschaltet. Oh, nee. Jetzt komm her. Oh, nee. Da, einer bloß. Ich muss was essen. Hapa, hapa. Wo waren da was? Da war noch was. Happy, happy. Rampschrumpf. Noch einer, noch einer. Huch. Jetzt muss ich den anlocken. Wie mache ich das wieder anlocken? Wie geht das? Ah, komm. Würgen, blocken. Nee, was war denn das für ein Ding? Was ist das da? Nichts mit Soße. Das ist... Ah, jetzt kommt einer. Mann, Mann. Ah, ich habe einen. Jetzt musste ich vielleicht speichern. Scheiße, jetzt kommt der Nächste. Oh, schnell RT drücken. Ah, so, ja. Bis ich das kapiert habe. Er, er, rechter Trigger drücken. Habe ich doch getragen. Wache tot. Nee. Ja, das hilft mir nichts. Ist jetzt da noch ein... Oh, jetzt muss ich auch schnell was essen. Und speichern. Wie speichere ich? Warte. Happy, happy. Äh, äh, komm, wurde öffnen. Ah, da ist was. Leichter Beutel. Was ist der mit? Achso. Komm, alles lupen. Wie speichert man jetzt schnell? Speichern. Schnell speichern. Äh. Warte, da, speichern. Speichern, jetzt speichert er selber. Hat er selber gespeichert? RT, schnell sprechter, Trigger, schnell speichern. Schnell speichern. Ah, das ist gut. Das ist nie verkehrt. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es schnell gespeichert. Da schaut es aus. Jetzt muss ich, wo muss ich? Jetzt muss ich wieder rauf, oder wie? Aber jetzt schauen wir nochmal, was da unten noch los war. Ist da noch ein Böser? Oh, nee. Ein Bild der Verwüstung. Oh, nee. Was ist denn das für ein Kack? Ach, das ist mein... ...untersuchen. Ach, das ist... Ja, ja. Na, da bin ich aber... ...versprochen. Bin ich aber gespannt. Das genau, das ist mein Papi. Da, schau her. Wie es hier aussieht. Die Stimme ist aber recht sympathisch, gell? Körper, warum soll ich denn die da? Körper tot. Da wäre ich jetzt wohl selber gar nicht drauf gekommen. Schau her. Blümchen. Überall Blümchen. Jasmin Wager. Kennst du Blümchen? Jasmin Wager, glaube ich, heißt sie. Blümchen. Piep piep, kleiner Satellit. Wahnsinn, ich bin Blümchen-Fan. Die tollste Musik aller Zeiten, das war Blümchen. Warum soll ich denn die? Dem fehlt gleich der Fuß und alles. Wahnsinn. Kopf, Fuß, da ist einiges abhanden gekommen. So, haben wir jetzt nichts mehr hier, oder wie? Dafür werden sie bezahlen. Na, hallo. Aber ich muss hier verschwinden. Ja, die Stimme ist doch sympathisch, gell? Nee, da muss ich nicht raus, gell? Da geht's am Schluss. Versperrt von Ramseys Männern, damit er meinen Schutzraum plündern kann. Na, so, solche Schweine. Jetzt muss ich da oben rachen. Oh, guck, da ist ein Foto. Long live the Empress. Weil sie mir treu waren. Verflucht sei der Herzog. Verflucht sei Delilah. Delilah. Samson and Delilah. In memory of Jessamyn Caldwen. Huch. Long live the bla bla Empress. Gut, Freunde, da haben wir jetzt und Freundinnen natürlich. Schaut da, also noch ein Schick. Gemälde. Es gibt schon wieder Ärgermutter. Ach, das war die Mutti. Man muss ja alles untersuchen, gell? Habe ich jetzt genügend untersucht? Ja, ich gehe es langsam an. Irgendwann, wenn ich weiß, worum es geht und wie es geht, dann spiele ich schneller. Aber jetzt müssen wir am Anfang... Naja, die Grafik ist schon ganz nett. Und das ist der Papi, den müssen wir aufwecken irgendwie. Wenn ich weiß, wenn ich mich hier mal ein bisschen eingespielt habe, dann geht es schneller. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich... Was war denn da wieder? Achso, zerstörbare Tür. Jetzt müssen wir wieder rauf, oder? Zu dem... Ach, da wo der... Wo das eine Ding war, oder? Genau. Wo es hieß, da geht es auch bloß wieder runter, gell? Da waren wir gerade. Huch, dachte ich schon, da ist was. Hä? Wo geht es denn da rein? Ach, da sind wir rausgekommen. Huch, ach, da war das Bad. Und nicht da. Was ist denn da? Öffnen. Ach, Spänen. Kann man die nicht öffnen? Ha! Kann man öffnen. Da sind wieder hübsche Sitzkisten. Sonst gibt es da nichts, oder wie? Bin ich noch? Äh, äh. Genau so. Ach, da, das da, oder? Badesalz nehmen. Badesalz ist nie verkehrt, oder? Wir sind ja reinlich. Und oder wahlweise peinlich. Was ist denn das da? Das ist Opa. Opa Krause. Nach seiner Total-OP. Gut, wir gehen weiter. Namely hier rein, denke ich mal. Öffnen. Das Schloss stammt von Zorkolov. Da, schau her. Oh, oi. Ich komme. Sollten wir vielleicht mal speichern. Speichern. Kö, 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 kö. Speichern, auch speichern von selber. Na, das ist gut. Ich habe hier nach der Seuche oft geschlafen. Ha, nach der Seuche. Das Spiel ist die reinste Seuche. Toll. Lieber schon mal den Sebul schwingen. Ah, oh, da ist die Thermoskanne. Gesundheits. Ist vielleicht praktisch. Äh, bla bla. Oh ne, was ist da noch? Mal start. Lesen. Du kannst es lesen. Auf Pause drücken. Der Kronenmeuchler hat mit all dem zu tun. Mit dem Herzog und Delilah. Ah, die Stimme ist nett. Die finde ich doch. Also du kannst es lesen und mir dann hinterher sagen. Du drückst auf Pause und sag mir hinterher, was da los war. Ausdruck an seinem Buch. Sehr schön. Äh, hä. Äh, 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 äh. Kö, 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 Kugeln. Na, die nehme ich doch. Schau her. Drei Kugeln, das verwirrt man da. Waffen, oh. Ich brauche die. Ja, das denke ich nämlich auch. Das auch noch. Oh ne, Fernglas. Was ist das für ein Ziel? Huch. Da ist ein Gebiss. Ah, nee, drücke. Ah, komm. Rechten, um das Fernglas zu verwenden. Nee. Warte, das muss ich jetzt wieder aufschreiben. Fernglas. Oh, nee. Rechten Stick, oder? Warte. Rechten Stick. Huch. Peng. Rechte und kam da nichts. Oh, nee. Rechter Stick drücken, ist Fernglas. Ja, tut mir leid, wenn es jetzt im Moment noch ein bisschen zähflüssig geht, aber wir müssen das Spiel ja irgendwie Fernglas. Irgendwie, äh, ach, ich bin schon wieder halb. Wie, wo kriege ich jetzt, wie kriege ich jetzt die Waffe? Ah, nee. Huch. Ach, warum kann ich das, was soll ich denn damit wieder fallen? Was, was soll ich denn mit dem Käse? Ach, das Spiel gibt mir jetzt schon wieder genügend Rätsel auf. Also, wie gesagt, nach 30 Jahren, wenn ich durch bin und uns eventuell kapiert habe. Ah, was ist denn das schickes Worte? Was ist denn dies? Ach, Tresor. Die Reserven helfen nicht gegen den Leila, selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Holl, holla, da ist aber schwer, aber dieses Gold. Tagebuch. Huch, Hilfe. Was soll denn das schickes sein? Äh, da ist noch einer. Tolles Spiel. Da kann man, das kann man gar nicht so viel, kann man gar nicht schleppen. Oh, 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 schau mal. Salvadori Dali. Vom Wahnsinn verweht, der ein Bild mit dem Titel Vom Wahnsinn gebeutelt, von und mit. Salvadori Dali. Gut, dann haben wir hier, aber. Habe ich alles wieder mal. Ah, ausgewartet, da müssen wir noch rein, oder? Was gibt's? Oh, nee, da ist die Schlafecke. Uch, ach, der Ofen flimmert so. Ich denke schon, da ist ein Geist. Da kann man jetzt hier, nee, das soll England sein, oder wie? Nee, schaut fast so aus wie England. Aber ist es wahrscheinlich nicht. Tragen wir aber so, oh, oh, das müssen wir wieder lesen. Gut. Tragen, was soll ich mit dem Kack? Alarm anstellen? Äpfel, schwerplan. Tragen, da kann ich das tragen. Der schiefe Turm von Lisa, Dunwall. Der, das da, das ist eine... Das ist von Samuel. Gut, dass er meine Vertreibung aus dem Dunwall Tower nicht erlebt hat. Ja, ja. Oh, die Stimme ist sympathisch. Na gut, Freunde, dann haben wir das auch wieder. Oh, 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 oh. Ich sehe, da sind wir runtergekommen, oder? Ne, oh, da ist auch ein Büchlein. Komm her. Abhandlung über die physische Existenz der anderen Welt. Ach, du Scheiße. Das sollten wir jetzt natürlich lesen, weil ich wollte ja eigentlich klüger, also ich befasse mich ja mit, äh, durchaus mit diesem und jenem. Und da kommt man das jetzt gerade, flüstern aus dem Nichts, da kommt man das gerade recht. Wahnsinn. Das auch noch. Oh, nee. Und gut, ich lese es irgendwann. Holla. Da ist aber, oh, Pistolenkugeln, schau her. Da ist aber, das ist Doktor Mabuses, äh, Doktor Frankensteins. Boah, leckt mich am Arm. Da oben bin ich runtergekommen, gell, da war nix mehr, oder? Das da, schaut auch irgendwie schick aus. Nee, gut. Huah, Lüftung. Wahnsinn, das war der Schutzraum. Haben wir den jetzt geplündert? Warte, Kaffeepause. Plündern macht, äh, durstig. Kleine Pause, wir haben es gleich. Das habe ich gelesen, gell, da waren wir drin, da können wir sonst nix mehr machen. Da ist es eine Kloschüssel hier. Huch, spüle, spüle, spüle. Oh, nee. Porn, ach so, da waren wir schon. Gut, Freunde, ja, ja, machen wir doch. Hoppla. Ah, äh, äh, ja, muss ich, oder? Soll ich doch, oder? Und jetzt wird es gleich flockig, oder? Ach, du Scheiße, ein langer Tag in Dann-Hundi. Äh, bla, bla. Greifen Fremde sofort Dann-Hundi. Jetzt werde ich sofort... Alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Oh, oh. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Aha. Kaffee Pause ist jetzt rechter Trigger-Säbel und linker Trigger-Schießen, oder wie? Kann mir das mal schnell einer erklären? Weil ich nix wissen. Gut, lesen wir lieber schnell noch ein paar Büchlein. Was würde meine alte Gouvernante sagen? Wahrscheinlich, dass ich gerade sitzen und Y-Man heiraten solle. Sie würde mich fragen, wann der Krieg der Vier Kronen endete. 1625. Aha. Oh. Münzen, da kann ich dann irgendwo was kaufen, oder so. Ach du Scheiße, jetzt sollten wir auch mal wieder Verspeicherung. Rechter Trigger, Schnellspeicher. Ich will jetzt mal wissen, das ist Säbeln und linker Trigger. Au. Jetzt habe ich eine Kugel vergeudet. Aha. Wie sind die Zielen dann? Wie gehen die Zielen? Ah, nee. Ach. Ich habe gar nicht... Ey, warte, jetzt habe ich zwei Kugeln vergeudet. Warte. Äh, schnell laden, linker Trigger. Jetzt habe ich, dass ich nicht, dass ich meine Kugeln vergeudet. Also linker... Aber wie ziehe ich denn da zuerst? Jetzt habe ich wieder zehn Kugeln, oder? Wie ziehe ich denn, Freunde? Ach, einfach so. Aha. Oh, nee. Ach, komm. Das Spiel macht mich ready. Jetzt muss ich da alles noch blundern. Scheiße. Oh, nee. Ich muss da raus. Danke. Was ist da? Zeug. Whiskyglas. Was soll ich denn? Nur Whiskyglas. Gut. Äh, äh. Münzen. Äh. Äh. Toilette. Ja, komm. Huch. Die öffnen. Da kommen gleich. Kann man da nichts mehr nehmen? Ohwaja. Ja, tut mir jetzt leid, wenn ich mich hier am Anfang noch ein bisschen warte kann. Das kann man doch öffnen. Und etwas langsam anstelle. Aber ich muss, ich kenne, ich, das ist ja Let's Play. Ich habe null Ahnung von dem Spiel. Das ist ja die Definition von Let's Play. Weil jetzt kommt mir wieder irgendein Idiot mit so einem Kommentar von wegen unlogischer Spielaufbau. Den verweise ich gleich mal an die Definition von Let's Play. Nämlich, dass man keine Ahnung hat. Spänen. Und von dem Spiel. Na gut. Öffnen. Oh, oh, das ist aber arg schwarz-weiß hier. Ich muss schleunigst raus aus Dunwall. Äh, hä. Dann komme ich aus den Dunwall Tower. Wie mache ich das? Oh, naja. Huh. Das ist ein... Keine Ahnung. Scheinwerfer. Oh, jetzt schauen wir aber mal. Und dann müssen wir wieder Päuschen machen, wahrscheinlich, oder? Äh, 20 und 30 macht 50. Ja gut. Dann spielen wir... Machen wir jetzt gleich eine... Jetzt schaue ich mir das erstmal an hier. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt muss ich da raus, oder? Dann geht's da rum. Oh, oh. Bin ich gleich tot. Du kannst aus mittlerer Höhere runterfallen, ohne Schaden zu erleiden. Na, das freut mich jetzt aber herzlich. Wo, wo ist da eine mittlere Höhe? Da. Hoppla. Genau. Wo muss ich hin? Da, da runter. Zu den Straßen. 66 Meter. Na, das ist mal eine exakte Info. Da bin ich... Da drüben ist nichts mehr. Komm, rutschi. Oh, oh. Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Bandstacheldraht. Ich war ja bei der Bundeswehr und... Was mit meinem Kapitän? Und, äh, das nennt sich Bandstacheldraht. Weil das... Der hat so... Das ist ein Band mit so scharfen Zacken. Das ist original Bandstacheldraht von der Bundeswehr. Schau dir das an. Der ist aber gefährlich. Arg gefährlich. Dann gehen wir da nicht runter, sondern... Gehen wir jetzt mal da runter, Freunde. Ich muss da hin, oder? Wow. Wo ist da eine mittlere Höhe? Oh, hoppla. Aha. Oh. Oh, oh. Das ist eine große Höhe. Habe ich so den leisen Verdacht. Kommt hier noch nicht. Was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Er muss ich selbst werden. Das würde ich auch gern mal wissen. Ah, da ist eine mittlere Höhe, oder? Da drüben nicht. Nee. Oh, oh. Nee, da gehen wir da runter. Da, hoppla. And now. Hoch. Geröll. Oh, da ist was am Dampfen. And now. Huch, da muss man hin. Tolles Spiel. Äh, da gibt es sonst nichts mehr, gell. Was ist springendester? Äh. Oh, nee. Wo ich da drüberspring. Springi. Oh. Oh. Da ist ein Böser. Bang. Oh, oh. Oh, ins Auge. Oh, das ging ins Auge. Ist deine Uniform nicht wert? Na, hallo. Dann gleich plündern. Mö, mö. Jetzt. Oh, schau ins Auge. Ist das Spiel aber 18? Na, ich bin schon über 18, muss ich jetzt wollen. Mal zugeben. Dunkles Brot. Ach so. Ach so, wir müssen Pause machen. Jetzt bin ich aber ganz fasziniert schon. Na gut, Freund. Huch. Du musst da, nimmert mich. Entkomme. Erreiche das Schiff. Na gut, Freunde. Das Schiff erreichen wir in der nächsten. Oh, nö. Das Schiff erreichen wir in der nächsten. Schlechte Nachricht. Nächsten ist voll. Gell. Robrelmoor hat den Tower durchsucht und Emily Coltrane ist offenbar geflohen. Ja, ja. Oh, nö. Das war's. Das ist der Befehl. Oh, nö. Schmärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so. Ja, ja. Keinen Weg zurück. Ja, ja. Du Idiot. Die sind jetzt hier, hier bin ich sicher, oder? Dann machen wir jetzt hier ein Päuslchen, gell, Freunde und Freundinnen der schwedischen Volksmusik und machen dann im nächsten Video weiter, gell. Warte ein Sekündeli. Wir machen eine Schnellspeicherung and beenden now das Video. An dieser schicken Stelle sagen die liebe, Emily, glaube ich, heißt die, oder? Blöder Name. Konzuela, gefällt mir besser. Ja, ja. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Ja, du mich auch. Konzuela gefällt mir besser. Ich nenne die ab jetzt Konzuela, oder? Also, die liebe Konzuela, man sieht die leider, kann man das nicht umschalten auf, auf, ich will die sehen. Äh, nicht. Die liebe Konzuela und ich, der liebe Tom, wir sagen hier an dieser schicken Stelle Tschüss, danke fürs Zuschauen und werden uns dann in der nächsten Folge, die ich jetzt gleich voraussichtlich beginne, weiter durcharbeiten durch das Ödland von Schlumpfhausen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke für deine Aufmerksamkeit, habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst und wenn es dich auch gefreut hat, empfehle mich doch einfach weiter auf, ähm, wie heißen die ganzen Dinger da, Facebook, WhatsApp, Apps, What, 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 What comes now und wie sie alle heißen. Okay, tschüss, bis zum nächsten Video.